Nikolaus Kopernikus wurde 1473 geboren. Er prägte die Philosophiegeschichte wie kein zweiter Naturwissenschaftler. Das gesamte mittelalterliche astronomische Weltbild fußte auf der ruhenden Mittelstellung der Erde im Kosmos, wie sie Aristoteles und Ptolemäus gelehrt hatten. Etwa 100 Jahre nachdem Nikolaus von Kuhls die Erde aus rein philosophischen Gründen aus dem Zentrum gerückt hatte, ersetzte Kopernikus ihre Position aus mathematisch-astronomischen Überlegungen heraus durch die Sonne. Seine Bemühungen, die Planetenbahnen neu zu berechnen, führten ihn wieder zu der bereits in der Antike bekannten Auffassung, dass die Sonne in der Mitte des Kosmos steht, während sich die Erde, wie die anderen Planeten, um die Sonne herum und um sich selbst dreht. Kopernikus 1543 veröffentlicht das Werk De Revolutionibus Orbium Celestium über das heliozentrische Weltbild stieß sowohl bei katholischen als auch bei protestantischen Wissenschaftlern zunächst auf vorsichtige Sympathie. Offiziell jedoch verwarfen die Protestanten die Lehre des Kopernikus zuerst einmal. Die katholische Kirche folgte bald, als klar wurde, was mit dieser astronomischen Frage auf dem Spiel stand. Die Einzigartigkeit der Menschheit als Krone der Schöpfung, damit die Exklusivität der Kirche, die Vorstellungen von Jenseits sowie die aristotelische Physik, die himmlische und sublunare Welten trennte. Es dauerte mehr als 100 Jahre, bis sich Kopernikus' Grundidee als Allgemeingut der Wissenschaft etablierte, wenngleich erst nur zögernd als Hypothese. Die meisten Veröffentlichungen des 17. Jahrhunderts stellten deswegen die verschiedenen Systeme parallel dar, wie zum Beispiel die Abbildung aus Athanasius Kirchers Iter Extaticum von 1671 oder das berühmte Buch Harmonica Mikrokosmica des Andreas Celarius aus dem Jahre 1660, aus dem die große Tafel entnommen ist. Die scheinbare Himmelskugel, die sich unserem Auge nachts darbietet, ist beim Himmelsglobus von außen zu sehen. Man muss sich also den Betrachter des Himmels im Mittelpunkt des Globus vorstellen. Dadurch erscheinen die Sternbilder alle seitenverkehrt. Ein Ring stellt die scheinbare Bahn der Sonne durch die zwölf Sternbilder des Tierkreises dar. Sie wird Ekliptik genannt. Zur Ermittlung ihres Standortes benötigt man einen Kalender mit den entsprechenden Angaben. Die Schräge der Achse richtet sich nach der geografischen Breite des Betrachterortes. Das Modell erlaubt auch die Einstellung auf Äquator- oder Polstandort. Im letzteren Falle steht die Achse senkrecht. Wenn wir den Globus drehen, sinkt die Sonne Mitte Juni nicht mehr unter den Horizont. Im Dezember hingegen bleibt die Sonne stets unter ihm. Dies demonstriert sehr gut den Polartag und die Polarnacht. Beim genauen Hinsehen auf die Sternbilder und den Vergleich mit den Datumsangaben des Sonnenstandes bemerkt man, dass es eine Verschiebung der siderischen Sternbilder, die fest am Sternenhimmel verankert sind, gegenüber dem tropischen Tierkreis gibt. Jener orientiert sich am Verhältnis zwischen Erde, Sonne und Fixsternhintergrund an der Ekliptik. Der Zodiak, umgangssprachlich Tierkreis, beginnt, wenn die Sonne von der Erde aus gesehen zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche den Himmelsequator überquert. Zu diesem Zeitpunkt, wenn die Tage wieder länger werden als die Nächte, löst das aus der Sichtweise der Astrologen dynamische Zeichenwitter die eher als phlegmatisch bekannten Fische ab. Exakt zur Sommersonnenwende beginnt dann Ende Juni das tropische Tierkreiszeichen Krebs. Fortan zieht sich die Sonne wieder zurück, gleich eines scheuen Krebses. Der von heutigen Astronomen verwendete reale Sonnenstand im siderischen Sternbild ist jedoch immer noch Zwillinge. Dieses Phänomen ist seit dem Altertum bekannt, als Sternkundige oftmals zugleich Priester und Deuter waren. Der Schnittpunkt zwischen Ekliptik und Himmelsequator, der sogenannte Frühlingspunkt, verschiebt sich etwa nach 2000 Jahren um ein Sternbild, sodass er alle 25.000 Jahre eine ganze Umrundung vollzieht. Diesen Zeitraum nennt man platonisches Jahr oder Weltjahr. Dabei bewegt sich der Himmelsnordpol vom Polarstern weg. Die Ursache dafür liegt in der als Präzession bezeichneten Pendelbewegung der Erdachse.